Hallihallo, hallöchen, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu ARK. Ja, keiner der mitmacht. Ja, äh, ich bin der Onkel und wieder mit einem Start ist der Sgt. Müller. Ein freundliches Salud von mir. Genau, und der Dynamo-Man. Einen wunderschönen guten Tag. So, und jetzt geht's weiter um den Regen auf die scheiß fliegende Insel. Wir haben's schon wieder Nacht. Ich hab schon wieder Schiss, das zu verpassen. Ich seh nichts. Ihr seht nichts. Folgt dem Licht. Also haben wir ja, äh, ja, die gleichen Voraussetzungen. Außer Dynamo. Der einzigste, der die Grafik wahrscheinlich nicht auf ewig hat, aber alles sieht. Ja, ich hab's sogar auf low, ob ich seh's. Das ist schon krass. Ach, aber bald hab ich eine neue Grafikkarte. Boah, ich glaub, wir kommen wieder nicht. Ach, alter Dynamo. Ich denke, du siehst die Insel. Wo kommst du denn dann in die Quere geflogen? Weil ihr schräg fliegt, aber wahrscheinlich damit Onkel dann wieder. Ich weiß nicht, wohin. Ich seh's nicht. Na, ein bisschen schräg rechts, ja, genau dort, aber ich weiß nicht, ob du das schaffst. Über den großen See. Über den großen Teich, hm. Okay. Oh. Das ist gerne fremde Land, USA. Irgendwie, wenn ich schnell fliege, hab ich keinen Regen mehr. Krass. Echt? Ich kann gar nicht so schnell fliegen. Das stimmt. Bei mir fliegt der Regen schnell. Jetzt fliege ich wieder langsam und jetzt fängt der Regen wieder an. Richtig. Oder wenn du schnell fliegst und nach hinten guckst, hast du auch Regen. Oh, jetzt sieht man langsam was. Ich seh langsam was. Ich seh langsam was. Ich seh langsam was. Das Problem ist jetzt wiederum, dass wir ja bloß 10 Minuten Nacht haben. Ja, ja, Regen ist vorbei. Der Regen ist vorbei. Oh, scheiße. Meine Stamina hat den Arsch. Nee, meine Stamina. 0.30 Uhr ist das schon. Oh, Mann. Komm schon. Komm schon, du schaffst es. Komm, Baby. Hopp, hopp. Nicht zu den Haien. Nein, nein. Oh, ne Kötte. Landen. Komm, nicht so lang rummehren hier. Hopp, hopp, hopp. Wo ist denn die scheiß Insel? Ich seh die nicht, auch wenn jetzt der Regen vorbei ist. Gibt's doch gar nicht. Ah, halt, stopp. Nee, das war zu früh. Aber jetzt. Oh, jetzt kommt der Insekten an, wir müssen los. Bist du schon los? Ja, okay. Ja, ich glaube, wir kommen auf der Insel oben an und es ist hell. Ja, schon 1.30 Uhr. Fliegt einfach mal vor und guckt, weil... Kein Arsch. Also, wir sollen vorfliegen? Und nach dem Dramen gucken wir was? Genau. Okay. Weil, was ich dort oben ankomme, ist hell. Es wird schon hell. Naja, es ist 2 Uhr 10. Ich denke, was so schnell wird, so nicht hell, aber... Und da bist du. Oh, schon wieder. Das gehen, wenn du willst. Oh, was habe ich denn hier? Ja, ich. Knatter, 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 knatter. Was haben wir denn? Ja, wo ist denn da? Was ist denn das? Was bist denn du? Das hat Radaradarada gemacht. Ach, das ist ein Bronto. Oh, der Mond sieht doch mal geil aus. Ein roter Bronto. Apropos, ich habe vorhin so einen Albino-T-Rex gesehen. Geile Fieser. Mir gefallen die Albino-Fieser. Ja, erstmal schön ins Gras kacken. So, Fackel an. Kriegst du links den Namen? Dann flicke ich rechts rum. Ja, ich muss erstmal schauen, dass ich die Insel erreiche, weil ich habe nicht mehr so viel Stamina. Aber das klappt schon. Du bist ja genauso schlimm wie Onkel. Ah, ne. Ich habe kein Stamina. Schlimmer, ich lande wenigstens noch 3 Kilometer vorher. Äh, kurz vor der Insel. Ah, scheiße, ich bin runter. Ja. Kurz vor der Insel. So, es geht irgendwie viel langsamer, wenn man, und, und, schafft. Ja, egal. Ist jetzt beim Reden eingeschlafen, oder was? Er war gerade bloß gekonzentriert, aber, äh, so, es ist nicht knapp geworden. Sag mal bitte leise. Ach, du warst, dass du scheiße hier. Okay. Ich links, hast du gesagt. Okay, es ist hell. Ja, aber flieg du links rum. Wo ist dieser beschissene Drachen? Das gibt's doch gar nicht. Pass auf, ich wette, ich fliege da hoch auf die Insel, wird von dem scheiß Drachen gefressen. Ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl. Weil ich zwischenlanden muss. Siehst du die Insel jetzt? Ja, ich fliege gerade straff drauf zu. Ja. Ja. Und Herr Schnüppeldub, hast du was gefunden? Nö. Das schlimmste ist, ich weiß noch nicht mal, was für ein Geräusch der macht. Miau. Gut, ich suche nach Miau. Miau. Was haben wir denn da schon? Da hört man nicht viele Geräusche machen. Ich denke mal, der fliegt rum. Oder? Ich bin auf der Insel, muss aber zwischenlanden. Komm doch an, wo? Weil hier läuft auch ein Kano gerade noch rum. Halt ja, Klappe. Ich bin schneller an der Lüfte, als der Kano da ist. Macht der mir ja noch Angst. Gibt's doch gar nicht. Ich will das tun. Hier ist doch der Dynamo. Oh, oh, oh. Da ist der Dynamo. Oh, oh, oh. Hier haben wir einen Trike. Hier haben wir einen Trike. Hier haben wir eine Trike. Hier haben wir eine Stegel. Kroptorkatze. Trike. Ah, ich weiß, wo ihr seid. Was kommt denn hier? Ein Baum. Ach, guck mal. Das hier wird doch nicht. Du Dreckstvi, wo bist du? Zum Beispiel eine Wind, der hier jetzt in der ist. Heißt das, dass er dann irgendwann despaunt? Nein. Ich weiß ja nicht, auf was das begrenzt ist. Zum Beispiel die Quetzels sind, glaube ich, auf drei oder vier begrenzt. Und der Drache vielleicht auf einmal oder so. Ganzhaft. Und das jetzt? Was war was? Irgendwie ein komisches Geräusch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fliegt ihm genau ins Maul. Ach, Alter. Und Raptor. Habit, habit, habit. Mit Nimiza. Wer kämpft denn jetzt schon wieder? Niemand. Der Raptor verfolgt euch. Okay. Jetzt nicht mehr. Gut, wie sieht denn der Schlachtplan aus, Onkel? Ja, dann geht's dahin, wo wir wollten. Aber erstmal runter, ob wir vielleicht noch vier haben zum Reiten. Das ist vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen. Also das ist ja hier. Okay. Und vielleicht, ja. Was braucht man für einen Sattel eigentlich? Setsch, ne? Ich glaube, ja. Weil da haben wir genug Dings. Da könnten wir vielleicht auch Sattel, wenn einer unten ist. Wenn jetzt keiner unten ist mit Sattel, dann. Weißt du, was ich meine? Ja, oh. Wäre es aber nur nicht so nebelig, dann würde ich wissen, wo ich runter muss. Bei mir ist das klar. Ah, hier ist der Berg. Dann muss ich da runter. Okay. Okay. Also scheint er. Du hast das Spawner. Wenn man jetzt mal wüsste, fliegt das Vieh rum? Läuft das rum? Das ist das. Wo ich keinem... Nein, ich glaube, es läuft. Es kann ja beides. Lalalalala... Oh, ein Stego war das, ey. Ich dachte jetzt auch wieder. Jumai, jumai. Wo müssen wir denn runter jetzt? Wo ist denn hier was? Ähm, ja, genau. Dort hinten ist das klein. Meine Meinung. Ja. Also falls du jetzt schon unten bist und... Ähm... Dingens. Im Ender, 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 ähm... Kommt nicht drauf. Der Hilde. Nee, wie heißt sie? Richtig aus? Nein, Werkbank. In der Werkbank. Ich kaufe es jetzt. Smithy. Smithy, genau. Pidi. Oh, schön. Sehr viele Eier liegen hier. Aber kein Skorpion ein. Haben wir Skorpione? Ja, ja. Echt? Bin da vorne erst durchs Lager gelaufen. Wir haben auch einen Frosch. Äh, ja. Ja, einen Frosch haben wir. Einen Frosch haben wir. Draht schon krass, dass ich da hinten das Boot sehe, aber unsere Gebäude und alles sehe ich nicht. Gebäude und alles sehe ich nicht. So. Also für den PETA-Sattel brauche ich Fiver, Heid und Schittin Kreatin. Ja, geh mal alles unter Schmidi. Smithy. Hab ich schon geguckt. Wir haben, wir haben nichts da. Ich hab das zwar alles reingesteckt. Vorhin. Oder hast du Schittin denn so Scheiß rausgenommen für... Ja, aber hier ist doch... Hier sind auch noch Adler drinne. Ähm, Adler. Piepmetze. Da hinten steht in der Mitte, oder? Keiner mit Sattel. Doch, hier. Doch, komm. Mach ich ihn mal raus. So. Das ist Dynamo's? Ihr Eis. IcE? Ja, 39er. Ja, oder IcE. Ja, was steht denn hier vor einer? Sparky? Ach, der steht bloß da. 39, meinst du? Ja. Naja, da kann man doch auf jeden Fall schon mal schneller voran. Aber ich weiß jetzt gar nicht, auf was ich den jetzt pimpen soll, was die sich so gedacht haben. Ich hab keine Ahnung. IcE heißt wahrscheinlich schnelligkeit. Warte mal, ich kann ja mal, kann man ja sehen, auf was die den gepumpt haben. Stamina. Ich glaub, das ist alles gut. Ich mach mal nochmal Moveman-Speed. So, okay. Dann, was macht ihr denn? Wir warten auf dich. Ach so. Ui, alles klar. Das macht schon viel mehr Spaß. Wo bist du? Wo seid ihr? Da hinten. Unter dir. Okay, dann gib mal einen Weg vor. Okay. Ach, damit lässt sich doch schon viel schöner fliegen. Egal wie man guckt, die Kamera macht, es sieht immer geil aus. Ach fuck, jetzt hab ich aber kein Fleisch drin. Bin wir mal unterwegs. Einfach so? Unter Wolken? Ja. Aber ich glaub immer so weit hochfliegen. Wenn du hochfliegen bist. Ich glaub immer so weit oben. Oh, jetzt hab ich grad'n Leck. Leck? Okay. Alles wieder. Roger an kommt, Roger. Oh, du bist ein bisschen zurückgefallen. Also, so... Boah, Aldo. Da, so weit schon, weil ich den Leck hatte. Hä? Wo muss ich denn hin? Jetzt hab ich verloren, oder? Ich verloren? Scheiße. Du bist halt auf den Felsen noch geflogen, oder? Ja. Okay. Na, na, na. Och, oh, meine Stamina, schon am Arsch. Da fängt es an. Mann, Alter. Ich geb dem Scheißvieh grade Level im Speed. Ach, geil, wieder hinten der Bronto am Horizont. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ähm. Hier oben. Wo hast du ja hier gerade langgeflogen? Warte mal, wen haben wir hier? Hast du da nicht jetzt grade Auster geflogen? Ich bin jetzt hier grade bei solchen vielen Adler. Beim Bronto vorbeigeflogen? Ja. Dann bist du schon zu weit. Ja. Ich park mal hier auf der Bergspitze. Links, oder rechts? Auf dem, äh... Was? Wo Schnee ist, wo kein Schnee ist. Ja, wo Schnee ist. Also, warte mal, stopp. Nicht das Schnee. Links, komm, komm her. Also hier ist auch Schnee, mein ich. Genau. Ich seh dich nämlich. Das andere Schnee. So, wir sind jetzt da. Okay, dann können wir ja weiter flügen. Ach so. Ähm, geradeaus zum Schneebium, würde ich sagen. Und ich flieg mal ein bisschen weiter unten, weil hier ist ein großes, eine große, großes. Hier ist eine große Fläche, genauso wie das Kamera. Ähm... Der ist röd. Tja, das ist ein Insider, der eigentlich, ähm... Ja, der eigentlich im Livestream kam, aber okay. Und... Und... Vielleicht habe ich... Entschuldigung. Nee, er ist ja ruhig weiter. Zu insidisch ist er doch nicht. Alter, jetzt leckt es ja übelst. Mega krass. Ja, aber ich glaube, der Server hat sich jetzt gerade gespeichert. Das kann sein. So. Ich bin immer noch mit der Hoffnung eingegangen. Alter, 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 alter. Du hast mich aber nicht... Ich kann gerade nichts machen. Das leckt hier mega krass. Mhm. Aber vielleicht ist auch kein Update da, aber so. Boah, mal kurz halten. Hii! Käfer! Ach man, ey! Ich... Ich fliege mir da aber auf den Berg. Also man kann hier keine zwei Meter ohne Lecks fliegen, irgendwie. So, jetzt habe ich euch natürlich wieder verloren. Ah, ich bin dann hinter dir. Was? Ihr seid hinter mir. Bitte, dann los. So, Steine aufgeladen. Ja. Ich? Immer. Ich fliege so ein bisschen über den Boden, um es knallen zu hören. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Die Fußtritte. Ja, die Sauer. Brauchen wir eins rüber? Schaffe ich das mit... Ich glaube, ich schaffe das nicht. Also ihr wollt rüber zum Schneeberg, ne? Richtig. Ich laden lieber nochmal. Ja, ich auch nochmal kurz und dann... Ach, das geht doch auf der Kotte. Ja, das ist locker flockig. Danke. Ja. Also du kommst so rüber, ne? Ja, ich fliege jetzt rüber. Ja, ich fliege rüber und es ruckelt. Ruckelt und ruckelt und ruckelt. Nee, jetzt nicht mehr. Flieg und fliege. Boah. Das ist gut. Ich kenne nämlich immer Angst, wenn das so leckt. Dass vielleicht meine Festplatte voll ist. Ah. ICE Level 40 hat geschissen. Das wurde jetzt gerade oben angezeigt. Das gibt es ja gar nicht. Wenn ihr jetzt beim Surgeon, wenn der mal nach links schaut, ist wieder eine tolle Insel, auf der ich vielleicht mal bald bauen werde. Ah. Da war ich nämlich auch... Da war ich schon drauf. Okay. Und die ist recht schnubbelig. Die kleine da drüben? Ja. Wollen wir dann einen Zwischenstopp machen oder durch? Dort. Weil es sowieso... Wollt ihr mal umdrehen? In den vorigen Aufnahmen? Ich bin drüben, ne? Kein Problem. Oh. Aber wo seid ihr jetzt schon wieder? Ach, meine. Ich bin gleich da. In der Insel. Ich war ja schon fast drüben. Ich auch fast. Aber nein, der Onkel sagt, hier müssen wir halten. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr habt gefragt Zwischenstopp. Ich habe gesagt, ja, aber da war ich schon drüben. Ähm. Ich leg mal kurz zur Insel wieder. Und ich habe eine gute Nachricht. Und eine schlechte Nachricht. Ich habe hier eine Höhle. Ich sehe euch nicht. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wenn du mal zu dem Bronto darüber rüber. Da können wir uns vielleicht ausfindig machen. Ja, aber da gucken wir gleich nach. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir das machen. Ja, wo kommt das mal her, oder? Jetzt muss ich erst den lieben, netten, schnubbeligen, schnuckeligen Onkel finden. Ich höre es hier stampfen, aber. Und auch Baumfeld. Wie gesagt, hier ist ein Bronto, wo ich bin. Genau neben mir. Da habe ich schon mal Bekanntschaft gemacht, glaube ich. Mit wem? Ich habe ihn gehört. Oh, oh, oh. Und er findet es nicht so toll, wenn man dem ein Ei stehlt. Wer? Der Bronto. So, ich bin beim Bronto. Beim Peter. Ja. Nee. So, genau ist auch da. Ich sitze auch neben Peter, nee, neben dem Bronto. Ja, da gibt es hier wohl zwei Brontos. Ne Bronto. Okay, ihr kommt von dort. Also, dass ich von uns um, von uns um. Warte mal, muss ja hier. Bist du noch ein Kilo bei dir, nee, Onkel? Ich saß doch gerade beim Bronto, da warte doch. Ich fliege mal hoch in die Luft. Bronto Level 64, so. So. Nee, das ist der einzige Bronto. Nee, das... Ich ziehe mal den Rand ab, ja. Da sind zwei Delfine. Ach, hier ist noch ein Bronto. Läuft da gerade einen Wald rein, oder ich? Nee, raus. Der ist im Wald. So. Bist du auch eine kleine Insel, Onkel? Nein, ich hab da gesagt, ich bin hier drüben schon bei der Insel, wo da... Wo das Schneebiom ist. Hast du da gesagt? Okay. Ich hab's wieder zurück zur Insel geflogen. Ja, und da haben wir die Höhle gefunden. Ja, die Höhle davon wusste ich, ja. Hab ich ja schon mal gesagt, ich glaub... Also die kleine Insel da drüben, da seid ihr jetzt da, hier... Die kleine Insel... Ja, warte mal, da komm ich schnell hin. Ich will ja auch mal die Höhle sehen. Ich stelle mich hier jetzt auch unten direkt an der Kante, der Insel. Stell dich auch Richtung Schneebiom, bitte. Richtig. Da kommt er doch angeflattert. Genau. Jupp, jupp. Guten Tag. Guten Tag, Le. So, okay, dann wollen wir hier den Portband-Menü, Freunde. Videobeschreibung, alle Port... Nein, natürlich nicht. Alle Kanäle unten in der Videobeschreibung. Guckt mal überall vorbei. Ja. Und, ähm... Ja, sehen wir uns ja morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, Sam. Tschüss.